Hat sein raffgierigen Verstand verloren, der Ärmste. Ich möchte, dass Sie sich um seinen ausländischen Auftraggeber kümmern, diesen etwas exzentrischen Grafen Dracula. Er will hier in London Grundbesitzer werden. Gewiss, Sir. Ich werde mich des Grafen annehmen. Danke für Ihr Vertrauen. Das ist eine einmalige Gelegenheit für Sie, Harker. Aber Sie werden unverzüglich nach Transsilvanien aufbrechen müssen. Glauben Sie mir, derartige Chancen bieten sich nur einmal im Leben. Das ist mir klasse. Ja, Sir. Darf ich mir die Frage erlauben, was tatsächlich mit Mr. Renfield in Transsilvanien passiert ist? Gar nichts. Gar nichts. Persönliche Probleme. Bringen Sie diese Transaktionen zum Abschluss und Ihre Zukunft in dieser Firma ist gesichert. Ja, Sir. Ich werde mir die größte Mühe geben. Wir haben doch schon so lange darauf gewartet. Wir heiraten, wenn ich zurückkehre. Natürlich. Ich schreibe dir. Und hier geht es auch schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020